Hallo und Willkommen zurück zu Let's Battle MW3 mit Kev Moon King. Das war die letzte Waffe und jetzt mit der Striker mit Schraubflinten-Action. Da kann was werden. Da kann was werden. Alter. Oh mein Gott. Fängt schon geil an. Wo ist er denn? Wo bin ich? Was los? Nein! Ja, das war alles. Das geht auch. Natürlich. Scheiße! Scheiße! Oh oh. Fuck! Was? Du... Friss das! Ach so, der Hammer kann nicht drauf bleiben. Check ich's erst. Aha. Was ist? Aha. Das war Fail. Friss das! Ah Scheiße! Wie der mich so gut treffen kann. Auf der Entfernung. Auf der Entfernung. Nein! Fuck! Ja! Ja! Nice one! Hey, wenn wir kommen in der Mannschaft, dann komm mit der Mannschaft. Na, komm mit der Mannschaft. Ja! 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 Bitte, Willst du mich verkrölen, oder wat? Jetzt ist er unter mir, oder wat? Alter! Hab ja nie mitbekommen, dass ich ihn natürlich irgendwie runter kann. Das kommt davon, dass du nicht so viel Multiplayer spielst. Stimmt. Alter, ich besiede alle. Scheiße! Das ist auch schon ein sehr knappes Duell. Junge! Stier! Stier! Haha! Auch schon mitbekommen! Ach nee, wirklich? Wo ist er denn? Mann! Jetzt stelle ich mich auf die Kamera. Na toll, dann bin ich gleich tot. Das gibt's nicht! Das darf ich nie geben. Boah! Boah! Mann! Beim Nachladen stören, das ist so richtig gemein! Hehehe! Hast du noch einige Ausreden? Ja, viele! Boah! Boah! Ja! Toll! Boah! Ja! Ja! W Ey! Kann! Wann? Darf nicht wahr sein. Stirb, mit der Gnade, Dermat Was? In der Luft, ist logisch Ja, klar Tut doch nicht so Wo bin ich? Meine Jüte Jetzt bin ich gleich wieder am Arsch Ne, das ist kacke Wenn er sich anstrengt, dann bin ich eigentlich meistens komplett tot Das gibt's nicht Gott sei Dank Wie viel schluckst du da bitte? Stirb! Ich hab's nicht geworfen Wie viel schluckst du eher? Das ist die andere Frage Ja, genau, wie immer du wartet so Ja, meistens Ansonst Wo bin ich mit kacke? Nein Tu doch nicht so Ich bin gemein, ich weiß Das gibt's nicht Ich bin mit kacke Mann 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 Aha Wow, das war keine gute Idee. Hey, meine Schuhe klippenschlüssel rein, noch mal noch mal. Das gibt's nicht. Willst du heute ein Last Ice machen, oder was? Alter. Ich kann nicht mehr, ey. Das darf nie wahr sein. Komm, 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 komm. So, einen Kill noch, der letzte. Wo denn? Nein. Ja, wo ist ein Glück? Immer nur Glück. Schaut euch, Leute, wenn das kein Glück ist, dann weiß ich auch nicht mehr. Also, das darfst du mal 100% Skippen. Ja, das war nur Glück. Oh, okay. Ja. Wenn man Glück hat, dann verdient man es auch ein bisschen zu gewinnen. Okay. Also, bis zum nächsten Mal. Vega sagt Ciao. Und da, bis zum nächsten Mal. Wir passen ab. Bye. 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 Bye.